hallo liebe lego freunde ich bin holger der austrian brick fan aus dem schönen kärnten in österreich und heute ein weiteres gift with purchase ein gratis artikel set nummer 40 603 die weihnachtskutsche 153 teile und wenn ich mich recht erinnere sind 150 euro die man dafür im lego online store oder im lego store physischer lego store also richtiger lego laden also nicht irgendwie galeria kaufhof oder sonst was wo er lego kaufen können sondern richtiger lego shop 150 euro sachen aussuchen dann bekommt man das gratis ob die aktion immer noch läuft weiß ich nicht es steht ja immer dabei solange sachen im bestand sind solange welche da sind es glaube ich es gab auch einen zeitraum in dem das läuft es gibt oft einmal ein datum von dann bis dann wann diese aktion läuft es ist auf jeden fall eine limited edition was das auch immer heißt drei minifiguren das pferd die kutsche die natürlich gebaut wird ich finde das ding schaut cool aus mir gefällt es und lass uns anfangen wie vergnügen so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020